...dem Tropic Explorer 4. Das sind übrigens typische F3 Silvesterbatterien. Aber heute in Deutschland, das möchte ich. Schöner Effekt. Warum ist das Ganze in F3 zugelassen? Weil es in anderen Ländern eben keine Rolle spielt. Und man in F3 nicht ganz so aufschauen muss mit dem Zerlegersatz. Wie man es hört, da ist halt ein bisschen mehr Hums drin. Aber ich denke, auch in F2 haben wir hier in Deutschland wirklich schöne Sachen im Angebot. Da muss man nicht zu sehr drauf schieben. Aber wer die Erlaubnis hat, der kann es machen.